Herzlich Willkommen Euren Freunde zu einer weiteren Runde im Mörgast. Diesmal auf der anderen Web. Zusammen mit Markus, Markus, Maxi und Johnny. Es klappt, Leon kommt gleich auch noch, der macht Hausaufgaben. Dann sag, komm schnell und dann bohrt man den raus. Dann kehrt er schnell ein und dann bohrt man dich. Ja, cool, ne? Leon, willst du jetzt überhaupt mitmachen? Jetzt schon? Ja. Okay. Spielt die Runde? Nein, nein. Okay. Wer ist es? Ich bin's nicht. Ich auch nicht. Ich bin's nicht. Ohne Scheiß. Es ist doch Magnus. Ja, wer ist es denn jetzt? Seid ihr behindert? Ich schwöre, wer von euch ist jetzt unten? Ja, ich weiß wer es ist. Es gibt nur einen. Es gibt nur einen. Es ist so klar. Es ist so klar wer es ist. Es ist so tof, Moritz. Es wird so tof. Ey, ohne Witz. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Weiß ich nicht. Random kill. Random. Ist das dumm, Moritz. Mal da bin ich einmal Imposter, ja? Und dann sowas. Wir haben so viele Runden einmal gespielt, obwohl es nicht dabei war. Ja, gut so. Es war ja klar, dass du es warst. Wieso denn? Weil du es nicht zugegeben hast. Niemand hat zugegeben. Ja, weil es keiner war. Ja. Komplett nie. So, Leon ist jetzt auch dabei. Und ihr müsst respektieren, ja? Ich verpasse heute nicht nur Kampf der Reality Stars, ja? Äh, sondern auch, ähm, das Sommerhaus der Stars. Aha. Äh, ich habe Lexi gefunden und es war Conny. Conny ist von da, von da gekommen. Ja, komm, mach ich raus. Es ist eh, ich müsste mich nicht mehr übernehmen. Naja, du hättest jetzt auch einfach das nicht zugeben sollen, weil ich wette, die anderen hätten eher auf mich gewolltet. Ich hab' nicht zugegeben. Ich glaub' die Geist mehr kann ich ja. Es war nicht mehr Römerisch. Scheiße, ich hab' das nicht zu spät ausgesehen. Ja, ich hab' halt das nicht. Warum machen wir eigentlich die Dokumente überwischen, weil Kuma ist denn das? Ja, die, 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 die sollen weniger erwischen. Ja, das ist wirklich jetzt. Das ist das, das sind ja jeder. Näm, ich leh' noch weniger, meine ich. Nee, nee. Es sind schon heftig, wenn die Lichter aus sind, weil ich hab' die gleiche nicht gesehen, aber ich hab' dieses Report-Zeichen gesehen. Ja, das ist in der Sache. Ja, das ist in der Sache. Oh, ich muss schon wieder hier oben hin. Okay, da haben wir Conny gerade sehr, sehr schnell den Tag. So, das kommt jetzt. Wow. Wow. Ich glaube, dahin geht nämlich niemand mehr. Das war natürlich jetzt der Schlau von Conny. Können wir eigentlich auch gucken? Oh, cool. Aber das machen wir gleich eine Runde, okay? Und stellen wir uns da hin und gucken nur da drauf. So, aber jetzt mach' ich erstmal hier meinen Downloads. Das sind auch viele Tasks, die wir machen müssen. Okay. Wie geht jetzt, wie steht? Aha. Welchen Grund? Moritz ist schon tot. Moritz ist leider... Verstorben. Moritz ist von uns gegangen. Und wir trauern sehr wohl. Es ist nicht... Weiß, denn der hat bei mir gechillt. Ich auch am Anfang, ne? Ich hab Weiß kurz verloren und dann bin ich zu Weiß. Markus auch nicht. Markus auch nicht. Ich hab Weiß kurz verloren und dann war ich mit Weiß da, wo meine Karte durchzieht. Ich weiß nicht. Warte mal, warte mal. War ich dich bei Marco? Ja. Ja. Herr Mark, Liam, du warst beim Karten durchziehen. Direkt vor dem Karten. Ja sag' ich doch. Ja, sag' ich doch. Konnt ihr aber keine Sache aus, dass Moritz umberutigt? Ja, sorry, Liam. Der Tank. Kann sein. Wie heißt denn das? Wie heißt denn das? Wie heißt denn das? Ja, dann hast du ihn umgebracht worden. Ja. Kann auch sein, dass Magnus den grad umgebracht hat. Also Magnus hast du denn Runde? Und danach, danach Emergency Call. Kann auch sein. Aber Magnus, was denn die, dass sie ihnen dann sagen, am PC verrecken sind und dass sie gesehen, dass er tot für am PC ist? Ich hab ihn am PC verrecken gesehen. Also was drin ist? Nein, 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 nein. Stimmt nicht, er war schon tot. Achso, okay. Als ich den PC aufgemacht hab. Okay. Okay. Ja, okay. Jetzt wir skippen. Ich hab aber keine Ahnung. Wie heißt das, wenn man die Karte durchzieht? Ja, jetzt sind 99% sicher, Conny oder Dex? Safe Admin. Ähhh... Wieso skippen die? Ja, true. Ich versteh es nicht. Conny ist der Einzige, der mit mir dann... Okay, aha, aha, der Tag hat. Hier, Liam. Warum ist sie mich? Ich hab da so'n Gefühl. Ich hab da so'n Gefühl. Ein Gefühl ist vorbei. Wie war es? Conny ist auf gar. Doch nicht. Ach. Nee, komm her, komm her. Ich hab vielleicht nicht. Nee. Ah, ist hier, äh, ist Office. Muss ich überhaupt hin? Okay. Ich steh drin. Oh, das hier. Aber das hab ich schon lange nicht mehr gemacht. Da freu ich mich heute auf. Jupp. Sehr schön. Was ist das hier? Was ist das denn? Okay. Ah, hier unten. MLG. Okay. Dann noch da unten. Hier hinten, ne? Hier sieht man so selten jemanden. Aber cool, dass jetzt hier ne Task ist. 7, 8, 9, 10. Und... Hier hab ich auch noch zwei. Ich weiß nicht, was da jetzt... Was die da dann machen. Aber da ist gleich eh jemand tot von dem Ballen. Obwohl, jetzt nicht mehr, weil der da ist. Perfekt. Perfekt. Er macht Alarm. Okay. Ich mach hier Elektro-Kill. Ihr schafft das schon. Leute. Ihr schafft das. Guck mal. Ich bin gleich der Erste, der fertig ist. Ne? Weil ich einfach so gut bin. So gut. So gut. I'm so good. I'm so good. Und wie geht's euch so, Leute? Mir geht's kacke. Kacke, kacke, kacke. Aber egal. Der Xbox-Preis. Der Preis wurde jetzt angekündigt. Ist falsch. Ich muss die Sachen wahrscheinlich berühren. Oh Gott. Diese Geräusche. So, ich bin fertig. Oder? Ne. Doch. Ich bin fertig. Ne. Das kann ich nicht machen als Geist. Spiel. Ich kann das nicht machen. Tut mir leid. Kann ich Türen öffnen? Für die anderen? Das wäre lustig. Ne. Okay. Oh. Marco ist auch tot. Wow. Und Magnus ist geläfftet. Ist natürlich jetzt hammerhart für die Leute. Aber vielleicht kommen sie jetzt mal langsam dahinter. Oh. Oh. Die haben gleich alles fertig. Die haben gleich alles fertig. Oh. Nein. Lecker. Ja. Du hast den Zettler. Äh. Pfff. Gut gemacht. Gut gemacht. Leon. Hallo. Na da möchte ich noch. Ja. Frage. Conny. Weißt du was man Türen aufmachen kann? Hm? Weißt du was man Türen aufmachen kann? Weiß nicht wie man die Türen aufmacht. Ne. Ich wollte von außen. Ja. Du musst halt alle. Du musst auf eine. Nach links drücken. So wie beim Licht aufmachen. So wie beim Licht aufmachen. So wie beim Licht aufmachen. Wenn der Alarm kommt fürs Licht. Ausgehen. So Conny. Wo hast du den Vöwe gekillt? Ich hab nicht Vöwe gekillt. Nicht? Das war die ganze Zeit bei Lexi. Also. Ah. Außer am Ende. Weil Lexi das Licht angemacht hatte. Wo ich da war. Das war weil Lexi das Licht angemacht hatte. Und wo war es am Anfang? Ich hab das nur beim Raketen. Beim Anfang war ich AFK. Ja. Ich war halt lange AFK. Weil mein Boot reingekommen ist. Und Sachen geschwungen haben. Ah ja. Dann stand ich AFK neben mir im Stromkast. Auch der mich damit machte. Ja. Vielleicht ist es ja dann auch Lexi. Ja. Lexi hat mich schon lange töten können. Eigentlich. Wo warst du denn dir? Ich war unten rechts. In diesem. Wie heißt es? Da in dieser Schleuse. Und hab da meine Tasks gemacht. Wie viele Tasks fehlen euch denn noch? Ich bin fertig. Deswegen bin ich auch direkt zum Licht gegangen. Hm. Und Conny? Vielleicht hat einer der Geister ist vielleicht noch unterwegs. Conny du? Ich bin durch. Durch sagst du. Gehen denn noch welche oder was? Ist eigentlich einer von den Geistern ist AFK? Ja da muss einer von den Geistern anscheinend noch. Ja. Ach Leute mach mal hinne da. Ich hab schon fertig. Also skippen wir jetzt Lexi oder was meinst du? Ja skippen. Ja klar damit. Super Idee. Ja doch. Weil der Geistern direkt da. Weil der Geistern direkt da. Weil der Geistern noch fast da hinfliegen. Ja eigentlich schon. Der Geist ist AFK. Ich geb dem Geistern eine Chance. Ich vertraue dem Geistern. Du bist so lost Lexi. Ah ich weiß. Du bist so lost Lexi. Ich hab noch keinen Plan. Es ist der Tanker oder? Es ist so hart Conny. Es ist der Tanker oder? Es ist der Tanker oder? Du bist so dumm. Ja. Conny vote dich. Conny stimmt. Conny hört mal. Nee. Es ist der Tanker. Es ist der Tanker. Ja nicht. Ja nicht. Ja nicht. Ich bin fertig. Ich bin fertig. Wie kann man nur so dumm sein? Nee. Ich bin fertig. Ich bin fertig. Ich bin fertig. Aber es ist echt die Seed. Kann man das machen. Nee. Also wirklich nicht. Ja wow. Ja. Nimm jetzt echt. Hast du dich durch die? Ja. Oh Gott. Lexi auch? Jaaaa. Warb. Wir werden dann noch ein Taskfeuer als LSD das. Das kann nicht sein. Hä? Oh, die shit war das mit. Das Mieting war aber sowas von LSD. Läscherlich. Ich kann doch ein Taskfeuer als LSD das ist. Das ist von Anfang an wieder. Das ist das. Das war's mit einer Runde im Morgenast, wir sehen uns gleich wieder. Bis dann, Kamil, fahrt rein und ciao.